Die Kamera scrollt ja sogar so ein bisschen mit nachher nichts, aber ist einfach nix. Geht einfach nix. Gehen wir wohl noch mal die Pyramide checken und schauen ob die große Glitchbombe da etwas erreicht, oder hat jemand noch eine andere gewählt, also ich nicht. Geht einfach nix. Boah, wollte ich nicht. Nix! Nirgendwo. Auch nicht da oben rein oder so. Nix! Nix! Da ist nix! Ich versteh's nicht, aber da ist nix! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie kommt das Feed da oben rein? Weiß auch niemand, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, 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 oh. Guck mal die Steine da rechts an, die sind verdächtig. Ablenkungsmanöver. Was meint ihr, sollen wir den Weg an die Pyramide da hoch jetzt nochmal machen, oder? Wir gehen mal nochmal in das komische Blattdingen zu Libellen. Das ist näher und dort können wir jetzt vielleicht mit dem Drohnen-Teleport was machen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Klichy Klichy Tree! I shoot Bomb at thee! Eine neue Tür! Wir haben vielleicht einen Fortschritt. Oder nur ein neues Item. Aha! Aha! Jetzt fang net so an. Fang net wieder an mich zu verarschen. Jetzt fang net wieder an mich zu verarschen. Der Raum kann doch net für nix sein. Oder? Was ist das? 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 Das kann gar nichts sein. Was ist das? 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 Ich will unten lang. Was ist das? Ich erinnere mich. Das hat mich auch mal böse verarscht. Was ist das? Weil es hier irgendwie nicht weitergeht. Hier ist eine Tür, aber... Ah, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich dachte, ich hätte gründlich gesucht beim letzten Mal, aber nein. Anscheinend nicht. Oh, Reichweite. Na ja. Naja. Ich weiß nicht. ... ... ... ... ... ... Gästus Maria und Josef, der mich erschreckt. Neue, unnötige Waffe, ja natürlich. Gästus Maria und Josef, der mich erschreckt. 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 Gästus Maria und Josef, der mich erschreckt.